Guck mal hier, mit diesen Sonderzeichen hier werden aus 3,3 Millionen Treffern bei Google nur noch 1,9 Millionen Ergebnisse. Und dann hier noch ein Klick und schon sind es nur noch knapp 8000. Super, ne? Das bin ich, wie ich mich freue, wenn ich wieder mal darauf angesprochen werde, wie gut ich googeln kann. Ne, ist mir tatsächlich schon öfter mal passiert, dass Leute gesagt haben, boah, wie hast du das jetzt gefunden? Und, das zeige ich euch jetzt mal. Wenn ihr jetzt denkt, ach ne, kommt ihr jetzt hier mit so boring Suchmaschinen-Tipps um die Ecke? Ja, habt ihr recht, komm ich. Ist aber gar nicht mal so langweilig. Wir können ruhig wetten, dass du hier mindestens eine Sache in diesem Video findest, die du noch nicht kanntest. Also schreibt das gerne in die Kommentare, wenn ihr alles schon kanntet. Dann sind die anderen ja gewarnt. Aber jetzt mal ehrlich, das ist wirklich erstaunlich, wie viel besser Suchergebnisse werden, wenn man ein bisschen präziser fragt. Was ihr tun müsst, um künftig auch alles zu finden, bleibt dran. Liebe, 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 liebe Zerfer. Also ihr wollt zwar gerne Sachen finden, aber ihr wollt natürlich nicht gerne gefunden werden. Und da kann euch Incogni helfen. Und ich sponne dann dieses Video hier. Incogni ist ein Dienst, der automatisch eure persönlichen Daten aus den Händen von Datenhändlern befreien kann. Ja, es gibt leider hunderte von diesen Datenhändlern, die eure Daten entweder legal oder sogar illegal aus irgendwelchen Server-Einbrüchen bekommen haben und die dann weiterverkaufen. Falls ihr euch manchmal wundert, warum in Spam-Mails euer voller Name steht, ja, womöglich gekauft von Datenhändlern. Mit DSGVO und Co. gibt es zwar die Möglichkeit, einer Datennutzung zu widersprechen, aber dann müsstet ihr halt jede einzelne Firma einzeln ansprechen. Incogni nehmt euch diese Arbeit ab und löscht euch vollautomatisch hunderten von Datenbanken. Hier, so sieht das dann aus. Wenn das Suppress steht, ist das am besten. Das bedeutet nämlich, dass ihr bei diesem Datenhändler auf der nie wieder irgendwas speichern Liste seid. Und das ist doch nice. Mit dem Coupon-Code CT3003 bekommt ihr einen exklusiven Rabatt von 60% aufs Jahresabo. Erbung Ende. Tipp Nummer 1. Suchfilter Operator. So, wie googelt man jetzt richtig? Also einfach diesen Auf-Gut-Glück-Button hier solltet ihr schon mal nicht verwenden, denn der bringt euch einfach nur zum ersten Ergebnis, das Google findet. Also ziemlich unnütz. Aber wenn ihr da länger mit der Maus drauf bleibt, dann bekommt ihr zufallsgeneriert allerlei doch recht interessantes Zeug. Und zwar vor allem unbekanntes Zeug angezeigt. Nämlich alles, was Google außer Suchen noch so zu bieten hat. Sowas wie Echtzeit, Suchtrends, Kunstkram oder sehr nice integrierte Spiele. Aber das ist halt eher so ein Easter Egg. Also zum Suchen ist das wichtigste Werkzeug für Google und auch andere Suchmaschinen wie Bing oder DuckDuckGo sind die Suchoperatoren. Unter anderem die sogenannten Bullshit-Operatoren. Das sind Regeln, die helfen zu entscheiden, ob Bedingungen erfüllt sind oder nicht. Ja, und die sind zum Beispiel beim Programmieren oder auch eben bei Datenbankabfragen essentiell. Die wichtigsten davon sind UND, ODER und NICHT. Dazu später mehr. Erstmal ganz vereinfacht. Statt einfach irgendwas hintereinander einzutippen, könnt ihr zum Beispiel sagen, dass wirklich genau dieses Wort und ein anderes Wort in einem bestimmten Zeitraum gesucht werden soll. Und ihr könnt dann auch noch sagen, dass dieses Wort hier nicht auftauchen soll. Das funktioniert mit Google, aber wie gesagt auch mit vielen anderen Suchmaschinen. Und ja, wenn man dann sehr genaue Suchergebnisse hat, dann ist das schon zumindest ein kleiner Schritt Richtung Open Source Intelligence. Also Informationsgewinnung in frei verfügbaren Quellen. Weil theoretisch sind ja so gut wie alle Informationen im Internet zu finden, man muss nur wissen, wo genau. Wenn euch ein eigenes Video über Open Source Intelligence interessiert, also OSINT, also solche mächtigen Tools wie Maltego, gerne in die Kommentare schreiben. Und natürlich abonnieren. Also generell sind Suchmaschinen über die Jahre immer besser darin geworden, automatisch zu verstehen, welche Suchanfragen zu welchen Ergebnissen führen sollen. Weil ziemlich egal, was sie eingebt, irgendjemand hat es schon mal gesucht. Weil gleichzeitig ist das Internet ja auch immer voller geworden und deswegen ergibt es Sinn, Suchanfragen präziser zu stellen. Insgesamt gibt es Dutzende von diesen erwähnten Suchoperatoren. Wie viele genau da scheinen sich ein bisschen die Geister. Vor allem, weil Google immer wieder Suchoperatoren einstellt und weil bestimmte Operatoren miteinander verbunden wieder neue Operatoren ergeben. Eine Möglichkeit für den Einsatz von solchen Suchoperatoren wäre zum Beispiel das Finden von bestimmten 3003-Videos. Wir machen nämlich zu jedem Thema einen eigenen Artikel auf heise online, der das ganze Transkript enthält. Das heißt, wenn du wissen willst, ob irgendein bestimmtes Wort, irgendein bestimmtes Thema schon mal in einem Video von 3003 vorgekommen ist, dann gibst du bei Google nicht einfach CT3003 Stichwort Raspi ein, sondern benutzt den Operator site.heise.de. Dann kriegst du schon mal nur Ergebnisse, die auf heise.de gefunden werden. Kleiner Hinweis am Rande, für den ich hoffentlich keinen Ärger kriege, aber Google mit site.heise.de funktioniert besser als die Suche auf heise selbst. Aber jedenfalls, wenn du dann noch CT3003 und das Thema in Anführungszeichen schreibst, dann werden wirklich nur die Ergebnisse angezeigt, in denen diese beiden Wörter genauso vorkommen. Und ja, weil das Produkt ja eigentlich Raspberry Pi heißt, schreibst du das jetzt auch noch in die Anfrage und setzt dazwischen ein OR, also ein OR. Dann wird parallel nach beiden Begriffen gesucht. Und jetzt nochmal ganz kurz aus dem Nähkästchen, ganz ehrlich. Ich benutze ja immer dieses Ding hier, um meine Notizen umzuschalten, rumzuscrollen. Und ich vergesse immer, wie man das Ding mit meinem Handy koppelt, weil man muss da so eine bestimmte Tastenkombination drücken. Das Teil heißt SFC30 von 8BitDo. Und ich habe dann irgendwie SFC30, Bluetooth, whatever, gegoogelt. Und habe dann aber dummerweise auch von anderen 8BitDo Gamepads die Ergebnisse gefunden, die gar nicht funktionierten bei mir. Und erst als ich dann SFC30 in Anführungszeichen geschrieben habe, dann kamen die Ergebnisse für meinen Gamecontroller. Also es wird nicht gerade genauso passiert, verspreche ich euch. Und ohne diese Anführungszeichen hätte ich einfach das Ergebnis nicht bekommen. Oder jedenfalls nicht so schnell. Also ihr merkt, diese Anführungszeichen sind extrem sinnvoll, wenn ihr nach Produktbezeichnung oder auch bestimmten Fehlermeldungen sucht. Dann kriegt ihr halt echt nur das, was ihr wirklich sucht. Und ohne Anführungszeichen arbeitet Google fuzzier, das heißt es wird nicht ganz so genau genommen. Und das ist bei Fehlermeldungen ja, wenn ihr Fehler 13 habt und dann kriegt ihr das Ergebnis für Fehler 14, bringt nicht so viele. So und ihr könnt natürlich nicht nur einen Suchoperator benutzen, sondern beliebig viele miteinander kombinieren. Also nach einem bestimmten Dateityp suchen zum Beispiel mit File-Type, Doppelpunkt PDF und dann sagen wir mal mit LOC, mit Log-Doppelpunkt auch noch den Ort eingeben, wo ihr was essen wollt. Also Supbefehl zum Beispiel Speisekarte, File-Type, Doppelpunkt PDF, Log-Doppelpunkt Hannover. Dann kriegt ihr alle Speisekarten von Hannoverischen Restaurants, die irgendwo als PDF im Netz liegen. Cool. Praktisch ist es auch Before und After. Also wenn ihr alle 3003-Videos vor 2023 sehen wollt, dann gebt ihr ein ct3003, site-youtube.com, before-2023. Dann gibt es nur die Videos, die bis zum 31.12.2022 veröffentlicht wurden. Oh, nice. Wenn ihr in euren Suchergebnissen etwas ausschließen wollt, dann geht das natürlich auch. Hier zum Beispiel will ich nach Smartphones suchen, aber nicht das iPhone angezeigt bekommen. Dann schreibe ich einfach Smartphone minus iPhone. Also iPhone direkt dahinter geschrieben. Bei den Ergebnissen funktioniert das super, aber bei den Werbeeinblendungen versteht Google die Operatoren offenbar nicht und zeigt mir jetzt nur iPhones an. Aber gut, bei anderen Beispielen geht das besser. Bei hier KI suchen ohne OpenAI, dann kriegt man ganz andere Ergebnisse, aber auch noch eine Werbung zu einer Chat-GPT-App. Ah ja, wenn euch die Werbung und die bezahlten Suchergebnisse bei Google nerven, es gibt inzwischen auch Suchmaschinenanbieter ganz ohne Werbung und ganz ohne gesponserte Inhalte. Die muss man aber halt bezahlen. Zum Beispiel Kagi, da kosten 300 Suchanfragen im Monat 5 US-Dollar, Flatrate wären 10 US-Dollar. Wenn wir sowas mal im Detail testen sollen, Kommentar. Ja, zurück zu den Suchoperatoren. Super hilfreich ist auch das Sternchen. Damit könnt ihr einen Platzhalter setzen, wenn ihr zwischen euren Begriffen noch mehr Text vermutet oder wenn ihr nach dem Suchbegriff noch Text haben wollt. Also hier Nudeln mit Sternchen und schon zeigt Google ganz viele Nudelrezepte. Dann noch ein Minussahne und ein Plus vegetarisch und schon ist die Auswahl noch präziser. Und ja, das waren jetzt echt schon eine Menge Begriffe, aber es gibt noch eine ganze Menge mehr. Ein CT-Artikel mit allen Suchoperatoren, sortiert nach Suchmaschine, habe ich euch in der Beschreibung verlinkt und hier jetzt gerade auch eingeblendet. Also gerne mal kurz auf Pause drücken. Tipp Nummer 2, Tabs verwenden, Google-Oberfläche. Noch einfacher zu bedienen sind die Tabs hier bei Google. Da sind einige Suchoperatoren einfach in die Benutzeroberfläche von Google integriert. Das habt ihr ja sehr wahrscheinlich schon mal gesehen, dass man hier die Ergebnisse nach Bildern, Orten, Videos, News und so weiter sortieren kann. Wenn ihr aber hier auf Suchfilter klickt, bekommt ihr schon mal relevante Filter für eure Suche angezeigt. Also in diesem Beispiel Landsprache und wortwörtlich, was dem Anführungszeichen-Operator entspricht. Und da könnt ihr dann auch einen genauen Zeitraum für die Ergebnisse auswählen. Also das wäre dann Before and After. Also zum Beispiel nur Ergebnisse aus den letzten 24 Stunden oder dem letzten Monat. Noch genauer wird es dann, wenn ihr auf Erweiterte Suche klickt. Das ist im Prinzip die grafische Oberfläche zu den ganzen Suchoperatoren. Heißt, wenn ihr die Suchoperatoren nicht im Kopf habt oder euch das so blöd ist, irgendwelche Zeichen einzugeben, dann könnt ihr hier einfach alles eintragen und kriegt dann die gleichen Ergebnisse. Und das eben auch direkt mit einer relativ guten Anleitung, was in die Felder kann. Weiter unten seht ihr hier noch die Möglichkeit, eure Sucheinstellung anzupassen. Es macht auch wirklich einen großen Unterschied bei den Ergebnissen, ob ihr in eurem Google-Account angemeldet seid oder in einem Inkognito-Tab ohne Account eine Suche macht. Google nimmt zum Beispiel euren Standort in die Suche mit auf. Wenn ihr gerade mit dem VPN irgendwo hingetunnelt seid oder wirklich von woanders sucht, dann kriegt ihr auch ganz andere Suchergebnisse gezeigt. Oder hier die persönlichen Ergebnisse. Die sind standardmäßig eingeschaltet und vervollständigen eure Suchanfragen automatisch anhand von früheren Suchen. Könnt ihr euch übrigens auch alles anzeigen lassen. Also wirklich alles. Und ich sag mal, kann auch ein bisschen peinlich sein, was man vor 10 Jahren gesucht hat. Und es ist datenschutzmäßig auch eher unschön. Deswegen gibt es auch die Möglichkeit, das generell abzustellen oder nach einem bestimmten Zeitraum automatisch löschen zu lassen. Hier nach 3, 18 oder 36 Monaten. Wenn man den eigenen Suchverlauf jetzt nicht als historisch wertvolles Zeitdokument festhalten möchte, ist das auf jeden Fall sinnvoll. Tipp Nummer 3. Bildersuche wie die Profis. Bei der Bildersuche gibt es noch eine Besonderheit, die hilfreich sein kann. Ihr könnt nämlich nicht nur nach bestimmten Bildern suchen, sondern auch umgekehrt anhand von einem Bild etwas suchen. Reverse Image Search heißt das bei Google. Da könnt ihr einfach ein Bild hochladen oder den Link von einem Bild verwenden und Google sucht nach dem gleichen Bild oder ähnlichen Motiven. Hier ein Bild von diesem Heiser Artikel zu den neuen MacBook Airs. Einfach die Bild-URL kopieren und dann hier bei Google einfügen. Und dann seht ihr rechts ganz viele Webseiten mit ähnlichen Bildern. Also in dem Fall Testberichte zu MacBooks. Wenn ihr ein Bild mit Text einfügt, habt ihr auch noch die Möglichkeit, den Text direkt zu suchen oder zu übersetzen. Klar, ist jetzt nicht mehr so super special, weil das ja viele Smartphones auch schon so können. Aber ja, kann manchmal hilfreich sein. Die Suchergebnisse daraus könnt ihr dann mit zwei Klicks auch wieder in dieses erweiterte Suchfeld bringen. Und das gibt es auch speziell für Bilder. Und weil das ja bei Bildern nochmal etwas spezieller ist, könnt ihr hier nach bestimmten Bildgrößen, Formaten, Farben oder auch Bildtypen suchen. Also Gesicht, Foto, Clipart oder Zeichnung. Also wenn man schnell ein bestimmtes Bild oder einen Bildtypen sucht, ziemlich hilfreich. Vor allem, weil ihr hier unten auch direkt nach den Nutzungsrechten sortieren könnt. Also Creative Common oder kommerziell kann einem im Zweifel auch viel Ärger ersparen. Tipp Nummer 4, raus aus Google. Ja, Google funktioniert als Suchmaschine meistens gut, aber manchmal hilft es auch Google zu verlassen. Zum Beispiel, wenn bei Suchanfragen bei Google das hier auftaucht. Das bedeutet, dass da Treffer zurückgehalten werden, weil womöglich Urheberrechtsverletzungen vorliegen. Gibt es auch mal mal falschen Alarm. Auf jeden Fall, in DuckDuckGo beispielsweise werden unsere Erfahrungen nach weniger dieser Treffer zurückgehalten. Also da findet ihr womöglich mehr. In einigen Fällen. Außerdem noch als Tipp, wenn ihr Personen oder so sucht. Zwar werden Profile auf sozialen Medien von Instagram, Facebook oder LinkedIn auch von Suchmaschinen indiziert, aber erfahrungsgemäß nur oberflächlich, also meist nur das Namensprofil selbst und nicht die einzelnen Inhalte. Es ist ja sowieso auch das meiste Zeug nur eingeloggt sichtbar. Deshalb nicht auf die Suchmaschinen verlassen, sondern auch direkt in den sozialen Netzwerken suchen. Übrigens noch als Geheimtipp auf Archive.org, im riesigen nicht kommerziellen Digitalarchiv, findet man erstaunlich viele interessante Sachen. Also ruhig mal bei der Suche site.archive.org eingeben. Bonus-Tipp Google Alerts. Wenn es jetzt aber Dinge gibt, die ihr so regelmäßig sucht, dass ihr selbst schon ein bisschen genervt davon seid, dann könnt ihr einen Google Alert dafür einstellen. Also ich will zum Beispiel immer wissen, wenn Google etwas Neues zu CT3003 findet. Dann gehe ich hier auf die Google Alert Seite und stelle mir einfach ein, dass ich einmal die Woche eine Mail mit allen neuen Suchergebnissen für CT3003 bekommen will. Geht natürlich nicht nur mit 3003, sondern auch mit Vereinen oder irgendwelchen speziellen Themen, die für euch relevant sind. Dann könnt ihr euch auch sofort, wenn es irgendeinen neuen Google-Treffer zu dem Suchbegriff gibt, eine Mail schicken lassen. Mein Fazit. Klar, ihr müsst jetzt nicht für jede Suche irgendwie ein super kompliziertes Konstrukt aus Operatoren bauen. Wenn ihr jetzt einfach nach einem bestimmten Restaurant sucht, dann wird auch Google euch ohne Operatoren die Website anzeigen. Sollte das aber eben nicht klappen, dann wisst ihr jetzt, dass ihr einfach Anführungszeichen um den Restaurantnamen machen könnt und den LOC-Operator für den Standort verwenden könnt. Und wenn ihr da die ganze Zeit irgendwie falsches Zeug drin habt, also wenn ihr zum Beispiel ein Rahmen-Restaurant sucht und da aber die ganze Zeit Pizza-Zeug kommt, dann könnt ihr auch einfach Minuspizza eingeben. Dann wird es auch nochmal genauer. Also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das überhaupt mit der Suche weitergeht, wie KI in Zukunft suchen verändern wird. Gemini von Google kann ja jetzt schon ziemlich viel, wenn man da die richtigen Prompts benutzt. Und auch Microsoft startet immer öfter eine Copilot-Suche, wenn ich auf Bing irgendwas suche. Also das ist alles unklar, wie es mit der Suche weitergeht und wie KI da eingebunden wird. Also könnte sein, dass ein paar Jahren die klassischen Suchmaschinen, wie wir sie heute kennen, ausgedient haben und die Suche immer mehr zu irgendwelchen Chatbots wird. Man wird sehen. Also was meint ihr? Ist das alles neu für euch gewesen mit den Suchoperatoren? Oder haben wir was vergessen? Schreibt gerne eure Suchtipps in die Kommentare und wie gesagt, gerne abonnieren, Glocke klicken. Dann müsst ihr unsere Videos auch nicht mehr suchen, sondern bekommt sie immer direkt angezeigt. Tschüss!